Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ziv6 mit dem Gallischen Reich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Was habe ich heute vor? Diejenigen unter euch, die schon mein letztes Let's Play oder meine letzte Folge verfolgt haben, wissen, ich bin ein bisschen in Not. Es ist zugegebenermaßen ein Luxusproblem. Und zwar, wie unschwer zu erkennen, wird meine Hauptstadt in zwei Runden einen Siedler produzieren. Ja, und ich weiß nicht, wo er hin soll. Es gibt zwei Möglichkeiten und zwar einmal hier im Süden gibt es einen relativ großen See. Was spricht dafür? Also See gleich Süßwasser. Ihr wisst, ich liebe Süßwasser. Beste Siedlungsplätze ever. Wir haben hier ein Luxusgut. Wir haben hier diverse Bonusressourcen, wobei die eventuell vom Stadtstaat auch bei Grenzerweiterung geklaut werden könnten. Wir haben hier einen Vulkan. Ich bin kein Freund von Vulkan, allerdings düngen die das Geländefeld. Und wenn ich die Stadt natürlich clever platziere, hätte ich da auch lange Sicht, eigentlich sogar kurzfristig schon was von. Nachteil dieser Stadt, die ist echt brutal weit weg von meiner Hauptstadt. Zumindest, was jetzt das Early Game angeht. So, andere Möglichkeit hier oben im Nordwesten. Dazu nochmal die Siedlerlinse angemacht. Hätte ich die Möglichkeit hier zu siedeln. So, vielleicht jetzt umgekehrt zu dem, was ich eben erzählt habe. Was spricht dagegen? Dagegen spricht, es ist hoch im Norden, heißt auch Tundra. So, mit Tundra habe ich insofern ein Problem, die sind relativ karke, die Geländefelder. So, also, das heißt, würde ich direkt an dem Süßwasser siedeln, beziehungsweise meine neue Stadt gründen, hätte ich auf Dauer ein Problem, was das Wachstum angeht und auch was Ressourcen angeht. Gewürz ist weit weg, Stein ist weit weg. Auch hier die interessanten Weizenfelder auch relativ weit weg. Also, ich würde ganz gerne in dieser Folge Folgendes machen. Also, mit ihm hier noch so ein bisschen Richtung Norden. Und dann müssten wir uns in zwei Runden die Karten legen, wo der Siedler hin soll. Also, beide haben was. Also, hier sind Ressourcen, die ich nicht habe. Allerdings ist mit dem Süßwasser schlecht. Hier sind auch Ressourcen, die ich nicht habe. Allerdings relativ weit von meiner Stadt weg. Und dann noch dazwischen Vatikanstadt und noch ein Vulkan. Gucken wir einfach mal. Ich würde sagen, wir machen mal eine Runde weiter und schauen, was so passiert, beziehungsweise was das Spiel für uns in petto hat. So, eine Forschung abgeschlossen. Das Tiefdruckgebiet wandert weiter. Das ist ein Schneesturm. Das sieht man hier relativ schön. So. Ja, ich bin ja immer ein Fan davon, das zu forschen. Was schon mit einem Bonus versehen wurde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die Keramik und gründen ein Pantheon. So. Was macht Sinn? Also, Pantheon ist noch nicht so mächtig. Ja, und ihr wisst eh, wenn einige von euch meine Let's Plays gesehen haben, ich tue mich eh immer schwer mit einer Religion. Also, meistens verpenn ich es, ja, den Heiligen Städtebezirk zu bauen und gehe dann immer leer aus. Also, von daher, Pantheon ist ja noch cool, wenn ein Sinnvolles dabei ist. Ähm, aber spätestens bei der Heiligen Städte bin ich eigentlich raus. So. Also, was finde ich ganz cool? Was haben wir hier viel? Äh, äh, äh. Also, auf Salz wird, glaube ich, eine Mine gebaut. Das sind Weiden. Pferde sind auch Weiden. So, da hätten wir Gott des feinen Himmels Einkultur durch Weiden. Oh, ist nicht verkehrt. Ja. Plantagen werden auf Gewürzen gebaut. Genauso wie auf Räucherwerk wird das auch gebaut. Wo haben wir hier Plantagen? Auch Kultur durch Plantagen. Hm, auch nicht wirklich geil, muss ich sagen. So, was haben wir hier unten sonst noch? Nee, auch alles nicht. Also, kippt mich nicht, nicht wirklich hier. Was ich sonst immer gerne nehme, wenn ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Ähm, aber ist leider schon weg. Die große Persönlichkeitspunkte für heilige Städte. Äh, Prophet Campusgebäude mit Bibliotheken und Theaterplätze mit einem Amphitheater. Ja, es gibt das auch nochmal für große Persönlichkeiten. Ich glaube, das hat mir schon einer weggeschnappt. Ja, ich nehme mich die Kultur... Auf Minen wäre schön. Glauben durch Minen bei Luxusgütern. Also, kickt mich wirklich alles nicht. Kickt mich alles nicht. Pass auf, dann nehmen wir hier mal Kultur durch Weiden. Dann werden wir hier mal weiterkommen. Arbeiten wir mal die Meldungen ab. So, ich muss eh zusehen, ja. Ja, dass ich in der Möglichkeit ein goldenes Zeitalter erreiche. Ja, ihr wisst, ne. Ich habe hier den Hardcore-Modus genommen. Also, wenn ich es nicht schaffe, in einem goldenen Zeitalter zu landen, beim dunklen Zeitalter spaltet sich sofort eine Stadt von mir ab. Gar nicht cool. So, da haben wir Pferd. Und wir haben eine Quelle für Pferde entdeckt. Ich weiß noch, die einzige. Fast. So. Mit hier erkunde ich weiter. Okay, also ich vermute hier so im Südosten, also hier so lang, wo die Maus gerade lang geht, da ist eher ein See. Oder, kein See, eine Küste. So, jetzt wollte ich hier nochmal ein bisschen gucken. Hm, das sieht nicht so gut aus. Okay, da auch Gewürze. Kurz noch mal die Linse an. Hm, ja. Wo schicken wir den Siedler hin? Wo schicken wir den Siedler hin? Gleich nochmal gucken. Ja, das ist echt... Ja, das ist echt nicht so einfach. So, wen haben wir da entdeckt? Teddy Roosevelt. United States of America. Ja, willkommen. Ja, es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir auch eine andere Situation entdeckt. Haben wir das gepusht? Direkt mal die Linse an. Okay, uh, okay. Also, ich glaube, ich habe meinen Siedlungsplatz gefunden. Der wird eher hier im Süden sein. Und zwar, die nächste Stadt der Amis ist gar nicht weit entfernt. Also, sie ist noch nicht so nah dran, dass man hier unbebaubare Felder sieht. Das ist schon mal gut. Aber sie ist schon so nah dran, dass ich einen Loyalitätsverlust habe. So, also von daher ist das eine relativ klare Kiste. Der Siedler, der da rausspringt, der muss irgendwo hier hin. So. Ich denke mal, es macht Sinn. Also, wir werden erstmal hier mit dem Gaseaten hier nochmal um den See gehen. Ich denke aber, es macht Sinn, die Stadt hier zu gründen. So. Wir sollten dann die Möglichkeit den Siedler natürlich auch irgendwie abholen. So, und dann aber zeitnah natürlich auch schon den nächsten Auftrag geben. Was auch interessant ist, wir haben relativ wenig Barbaren gesehen. So, der Siedler ist da. So, Handwerker dauert nur drei Runden. Den schiebe ich zwischen. So, dich schiebe ich mal hier hin. Dadurch, dass wir Krieger von Vatikanstadt haben, heißt das, keine Barbaren. So, dich schicke ich schon mal Richtung Norden. So, und du guckst hier mal im Osten. Ja. Also, man kann auf jeden Fall eine Stadt, auch ein Geländefeld weiter entfernt von einem Fluss setzen. Ich könnte dann ein Aquädukt bauen und das würde mir entsprechend Wohnraum bringen. Das Problem ist, die ersten paar Runden, 10 bis 20 Runden, habe ich da echt gar nichts von. Also, da habe ich richtig hart Probleme, die Stadt wachsen zu lassen. So, daher ist es die Frage, ob es wirklich Sinn macht, da eine Stadt zu gründen. So, was man noch machen kann, das werde ich jetzt auch machen. Ich werde doch nochmal einen Schränk zurückgehen, ob es vielleicht Sinn macht, hier die Stadt zu gründen. Und dann eventuell noch eine Stadt hier oben. Also, weil den Weizen will ich echt nicht so sausen lassen. So, zumal wir haben hier auch Salz. Gut, dann machen wir mal Folgendes. So, dich. Du machst hier jetzt mal einen ganz großen Bogen. Oh, Färbemittel, sehr interessant. Also, mit ihm schlage ich jetzt hier einmal, einen Haken. Also, der geht hier zurück, um das hier alles zu erkunden. So, mit ihm hier gehe ich Richtung Süden. So, und der holt den Siedler da oben ab. Oder erkundet zumindest so weit, dass ich alles sehe. Ja, jetzt, guck mal, jetzt denunziert er mich schon. Also, ich habe noch nicht mal eine zweite Stadt. Also, ich muss jetzt eigentlich schon zusehen, in irgendeiner Form auch ein bisschen Militär aufzubauen. Ohne zu wissen, wo der Lumpi ist. So, jetzt sehen wir hier unten schon Barbaren. So, dann schicke ich dich hier direkt mal wieder runter. So, mit dir wollte ich einmal einen ganz großen Haken schlagen. So, okay. So, du gehst hier hin. Ja, okay, keine Barbaren. Okay, das heißt, den kann ich hier, also, ich muss zumindest auf den Vulkan aufpassen, aber hier so in einer Linie runterschicken. Das ist gut. Dann kannst du hier noch ein bisschen erkunden. Okay, nichts Spannendes. Habe ich die Siedlerlinse an. Ja, hier muss eine Stadt hin und die müssen wir auch schnell hochziehen. Aber die muss hier alles dicht machen, ne? Also, wenn der Ami kommt, ohne zu wissen, wo jetzt der genau sitzt, könnte das ein Problem sein. Wir haben jetzt schon ein Problem mit dem. Runde 17, den Amerikaner entdeckt. So, und der will jetzt schon Ärger haben. Ist ja fast wie im richtigen Leben, ne? So, du gehst weiter. So, du gehst hier noch mal ein bisschen gucken. Ah, sehr schön. Was haben wir denn hier? Färbemittel. So, das heißt, jetzt müssen wir mal echt überlegen. Dann macht es sogar eher Sinn, die Stadt hier zu gründen. Dann können wir das anschließen und das. Ja, gut, dann ist der Siedlungsplatz klar. So, okay. Da ist der Barbar. So, können wir irgendwas Schönes kaufen? Schleuderschütze. Wir haben wenig Einkommen. Na, sparen wir erstmal noch ein bisschen. So, Salz können wir anbinden. Schafe können wir anbinden. Pferde können wir anbinden. Perfekt. Weil in einer Runde ist der Handwerker fertig. So, okay. Die machen schon Ärger. So, jetzt schauen wir mal. In einer Runde ist die Keramik fertig. Ich kann hier eine Weide bauen. Hier eine Weide und da eine Mine. So, was wollen wir pushen? Also, wenn wir eine Weide bauen. So, pushen wir das hier. So. Und da könnte ich direkt drauf. So, wenn wir eine Mine bauen. Hauen wir erstmal noch nichts, wenn ich das richtig sehe. Eisenmine. So, eine Ressource abbauen, Naturwundergut, eine Stadt an der Küste. Ja, ist eigentlich gehöpfig gesprungen. So, gucken wir mal, wo unsere Bürger sitzen. So, und zwar da sitzt einer. Das heißt, es würde Sinn machen, den schon mal zu modernisieren. Dann machen wir das. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Produktion. Weil Produktion, also Wachstum ist in der Stadt scheiße. Mach uns nichts vor. Sagen wir es mal auf gut Deutsch, so wie es ist. So, aber die hat gut Produktion. So. Das ist die Frage. Hau ich jetzt einen Siedler raus? Oder? Mach ich noch ein bisschen was fürs Militär. Ich würde sagen, mach lieber noch ein bisschen was fürs Militär. So. Mit dir, Freund. Gehen wir ja hier lang. So. So, du gehst nach wie vor den Weg. Das sieht gut aus. So, ich werde die Stadt hier gründen. Dann kann der sich hier schon mal breit machen. Von Barbaren muss ich keine Angst haben. Weder hier von Westen. Der hier von Südosten, der wird hier durch meinen Gasiaten abgefangen. So, mit dir erkunden wir jetzt mal ein bisschen. Barbarenlager ausheben ist gar keine schlechte Idee. Das gibt Zeitalterpunkte, Erfahrung und Geld. Oder Gold. Sollten wir auf jeden Fall angehen. Du gehst straight auf. Guck mal, der sagt mir sogar, da eine Stadt zu gründen. Okay. So. Jetzt gucken wir mal. Ich kann jetzt hier die Weide bauen. So. Gehen wir erstmal auf die Schrift. So, du heilst dich da. So. Du überquerst mal den Fluss. Weil ich glaube, das Barbarenlager wird hier irgendwo sein. So. Und du erkundest. Mir fehlt noch ein Stadtstaat. Ich hätte gerne noch einen Stadtstaat gefunden. Und hier scheint auch echt viel freie Fläche zu sein. Also Idee wäre jetzt ganz, ganz grob. Was Städte angeht. Also hier unten auf jeden Fall. Die nächste. Vielleicht doch nicht so weit hier oben. Sondern wir gucken mal, ob wir hier ein bisschen Süßwasser oder zumindest Küstenwasser abgraben können. Und noch eine Luxusressource. Weil Gewürze fehlen mir jetzt noch. Und dann gehen wir. Ey, so viel Platz. Und dann gehen wir eher Richtung Osten. So. Go East. Runde weiter. So. Okay. So. Das lassen wir. Das lassen wir. Handelsweg haben wir nicht. Okay. Bleibt erst mal. So. So. Dann gehe ich jetzt schon mal auf die Handwerkskunst. Weil ich will möglichst schnell auf politische Philosophie, um eine bessere Regierungsform zu bekommen. So. Das hier habe ich ja gleich schon fertig. Also den Bonus. So. Dann muss ich nur noch zusehen, einen Spezialbezirk zu bauen. Meine Bevölkerung muss wachsen. Das wird echt schwierig. Und ich brauche noch einen Stadtstaat. Alles machbar. So. Hier muss ich doch irgendwo noch einen Stadtstaat verstecken. Das kannst du. Oh, Süßwasser ohne Ende. Gefällt mir gut. So. Dann. Dann machen wir hier auch erst mal eine Weide. Die bringt uns nämlich Kultur. Das ist eine schöne Ecke hier. Also. Warte. Ich gucke noch mal gerade die Linse. Ja. Ist echt auch nicht verkehrt. Ich habe hier. Das ist hier. Boah. Okay. Produktion ist hier nicht gut. Aber so von Bonusressourcen. Traumhaft würde ich sagen. So. Eine Runde weiter. Der Siedler ist endlich da. Ja. So. Dann gründen wir da gleich auch unsere Stadt. Ja. So. Zack. Jupp. Und weg. Gibt noch ein paar Punkte. Ja. Das fehlt. Ist richtig. Aber das kriegen wir hin. Jetzt fehlt mir tatsächlich die Luxusressource. So. Und als erstes bauen wir hier tatsächlich mal einen Händler. Und Gouverneur. Gouverneurstitel. So. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Also. Die finde ich eigentlich super. Um Stadtstaaten dann einzubinden. Pingala sowieso. So. Die Finanzantreise. Gucken wir doch mal. Was kann der so schönes. Nee. Viktor. Brauchen wir jetzt im Moment wirklich. Hier die Vermesserin. Die ist auch nicht schlecht. Ja. Also wenn man. Ja. Jetzt ist die Frage. Was ist uns wichtiger? Forschung. Oder erst mal Ausbau. So. Da. Meine Stadt. Echt gute. Hm. Nee. Ich glaube. Ich nehme ihn hier lieber. So. Und dann auch ruhig meine Hauptstadt. Ist eine sichere Kiste. Gar keine Frage. Oh. Oh. Okay. Bisschen gefährlich. Da war ich zu gierig. Aber ist kein Problem. Den kriegen wir da noch weg. So. Dann muss hier irgendwo auch das Barbarenlager sein. Eine Runde weiter. So. Das Gute ist, dass hier ein Fluss ist. Ich kann ihn jetzt relativ schnell zurückziehen. Der wird nicht angreifen können. So. Das machen wir auch mal. So. Du wirst hier dich heilen. So. Auf jeden Fall ein Siedler. Die schicke ich ganz stumpf hier nach oben. Du musst erkunden. So. Wir brauchen Salz. Dann hätte ich dich erst da hinschicken sollen. Da habe ich ein bisschen gepennt. So. Und du erkundest mal so bis hier. Ich will sehen, wo der Ami ist. So. Du jagst den ruhig mal ein bisschen. Und eine Runde weiter. So. Die Frage ist. Was kostet uns... Okay. Das kann ich leider nicht. Ermöglicht Handwerkern das Wasser. Handwerkern das Wassern. Ich habe ein bisschen zu wenig Wissenschaft. Dreieinhalb ist echt gar nichts. So. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich relativ wenig Bevölkerung habe. So. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Handwerker bauen würde, habe ich da relativ wenig von. Ich könnte auch sofort den Händler machen. So. Vielleicht machen wir mal Folgendes. Ich switch auf Kornspeicher. Kaufe den Händler. Kaufe den Händler. Richte den Weg sofort ein. Das macht mir Sinn. So. Okay. Jetzt gucke ich nochmal hier was mit... So genau. Den muss ich nämlich leider zurückziehen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hätte gerne noch mehr erkundet. Vor allem, ich brauche mal langsam wirklich den dritten Stadtstaat. Jetzt habe ich es noch nicht mal geschafft, die drei Geländefelder zu modernisieren, weil ich so viel Kultur habe. So. Jetzt die Frage. Bringt uns der Glauben noch was? Gucken wir mal, wie viele Religionen es bisher gibt. Keine einzige? Oh, das ist ja interessant. So. Dann gehen wir doch hier eher... Hier drauf. Muss auf sechs wachsen. Da haben wir schon zwei. Da geht aber einer raus. Dann machen wir lieber das hier. So. Du begibst dich hier mal in Schutz. So. Dich schicken wir natürlich hier hin. So. Damit haben wir auch noch einen Heureka ausgelöst. Sehr schön. So. Weißt du was? Du brauchst ja nicht mehr jagen. Wir gehen lieber weiter erkunden. Ein bisschen schade finde ich es wirklich, dass wir nicht so in den Kampf mit Barbaren einsteigen konnten, weil die Barbaren Lager bringen halt auch ganz gut Geld. So. Jetzt haben wir hier einen Steinbruch gebaut. So. Und das ist... Da seht ihr jetzt eine relativ geile Fähigkeit von Gallien. Und zwar, wenn eine Mine gebaut wird, löst diese einen Kulturschock auf nicht beanspruchten Feldern drumherum aus. So. Jetzt habe ich die dazu bekommen. Zugegebenermaßen, das ist jetzt nichts Geiles, aber wie groß jetzt meine Stadt dadurch geworden ist. So. Zumal ich habe jetzt auch Salz. So. Das heißt, hier... Eigentlich müssten wir jetzt genug Annehmlichkeiten haben. Das ist auch nicht verkehrt. So. Der mag mich nicht. Das haben wir schon herausgefunden. So. Jetzt habe ich... Ich habe noch einen weiteren Stadt stattgefunden. Wo denn? Ja, guck an. Das ist doch ganz cool. Okay. Da ist schon Washington. Okay. So. Also viel näher kann ich nicht ran. Also ich habe hier schon ein Problem mit... Siehst du, da kommt hier schon der Vogel. Könnte man schon fast überlegen, mit dem zu kämpfen. Weil meine Gaseaten-Einheit ist definitiv stärker. So. Ein Heureka für die Steinmetz-Kunst auslösen. Baut einen Steinbruch. Ja, das sollten wir hinkriegen. So. Ihr merkt aber schon, ich darf hier nicht zu lange warten. Okay. Jetzt hatte ich das schon gegründet. Ja. Okay. So. Was haben wir hier gepusht? So. Wassermühle ist sehr, sehr, sehr gut. Weil ich Flüsse habe. En masse. Und da gucken wir Richtung Süden. Bergketten sind gar nicht verkehrt, ne? Also die können hier doch durchaus interessant sein. So. Er ist jetzt hier angekommen. Was man relativ deutlich sieht. So. Wir haben hier kein Süßwasser. Tja. So. Ja. Da ist halt die Frage. Also. Ich spinne mal ein bisschen. Was man machen könnte, wäre hier noch eine Stadt gründen. So. Da ist zumindest Küstenwasser. Ich kriege Gewürze. Ich kriege das Salz. Ich kriege Fisch. Ich kriege die beiden Weizenfelder. Das wird meiner Meinung nach noch Sinn machen. So. Der kommt auch in zwei Runden. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So. Gucken wir mal. Ah. Okay. Und dann sollte auf jeden Fall aber vorher das Barbarenlager weg. Ui. Und das ist auch nicht unbedingt schwach. Schicken wir dich auch mal wieder zurück. Also das muss auf jeden Fall vorher weg. Da können wir uns auf jeden Fall ganz gut noch Sporen verdienen. So. Du erkundest mal schön. Und dann müssen wir dich aber auch echt zurückschicken. Meine Städte sind nämlich echt ungeschützt im Moment. So. Noch eine Runde weiter. Wie viele Punkte hat denn der? Oh. Der ist sogar erster. Okay. Gut. Dann habe ich jetzt gerade sogar den im Moment stärksten Gegner hier vor mir. Oder die stärkste Zivilisation. Okay. So. Der hat gut einen jetzt drauf gekriegt. So. Ist er befördert worden? Nein. So. Jetzt kann man überlegen. So. Ich mache das auch. Also. Ich sack den hier ein. Der alleine wird den nicht besiegen können. Weil hätte ich jetzt vielleicht eine Runde gewartet und den heilen lassen. Wäre eventuell hier noch ein neuer Barbar gespawnt. Das müssten wir auf jeden Fall vermeiden. So. Jetzt müssen wir aber ein bisschen was für unsere Bevölkerung tun. Also erstmal wird ein Kornspeicher gebaut. So. Und dich ziehen wir tatsächlich da oben hin. Ach. Guck mal. Da ist auch noch Fisch. Ah. Na. Ich bin schon wieder überlegen. Weil das Problem ist. Ja. Ich gucke zu sehr auf die Ressourcen. Klar. Gewürz ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Aber sonst ist hier gar nichts. Nichts. So. Ich könnte es hier gründen. Dann würde ich immer noch die beiden Felder bekommen. Den Fisch und das Gewürz. Ich glaube das ist so das Äußerste. Ja. Ich glaube das sollten wir machen. Diese Stadt. Das Land wird zuletzt überschwemmt. Ja. Das betrifft aber keine Städte. Ja. Ich hätte. Auch drüber. Ich habe dann zwar eine Stadt am Wasser gegründet. Aber da wird nicht viel passieren. Also ich könnte hier niemals raus. Ja. Oder woanders halt hin. Nee. 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 Ich probiere das aus. Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. So. Dich schicken wir jetzt mal zurück. Wir wissen nicht was der Ami macht. So. Und dann schauen wir mal wo wir stehen. Also. Wir haben erfolgreich unsere zweite Stadt gegründet. Meiner Meinung nach der absolut passende Platz. Ich werde hier auf lange Sicht Färbemittel bekommen. Ich werde hier Räucherwerk bekommen. Und ich habe hier erstmal durch diese Gebirgskette hier auch Nadelöhr Richtung Ami. Das ist schon mal ganz gut. Die nächste Stadt wird hier oben sein. Das wird nicht so die Rocket City werden. Aber die werden wir auch schon ganz gut hochkriegen. Da glaube ich fest dran. So. Und die nächste Stadt. Also die dritte dann. Die muss sich irgendwie hier so ein bisschen östlich orientieren. Meiner Meinung nach. Ja. Alles andere macht wenig Sinn. So. Klar können wir hier unten auch noch gucken. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber ich glaube so bis dahin sind wir ganz gut aufgestellt. Klar nach Punkten sind wir letzte. Aber hey. Das kommt noch. Wir messen uns ja hier mit dem Besten. Also von diesem Standpunkt aus gesehen glaube ich das kriegen wir schon ganz gut hin. Ich hoffe, dass euch diese Folge meines Let's Plays Spaß gemacht hat. Wenn dem so ist, dann klickt doch bitte unten auf den Gefällt mir Button. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann klickt doch bitte auch auf den Abonnieren Button, der jetzt hier in der Mitte erscheint. Gern gesehen ist auch immer Feedback und konstruktive Kritik. Ich sage bis zu einer weiteren Folge Zip 6 mit dem Gallischen Reich. Auf Wiederschauen. Ich sage bis zu einer weiteren Folge Zip 6 mit dem Gallischen Reich.